Hier schau mal, wer da ist. Unser kleiner Hamd da hoch. Na, auf morgen Spaziergang. Ich habe dir dann Futter gegeben. Oh, mein kleiner Hamd da hoch ist krank. Bist ja erkältet, Maus. Ist nicht essbar. Ist schon essbar, aber das würde ich nicht essen. Hm, Hamd da hoch. Ich habe dir da deine Futterschüssel voll gemacht. Okay. Das meinte ich eigentlich nicht. Das ist ja dein Restfutter, was du hattest. Das habe ich da hingekippt. Aber das kann man ja auch noch essen. Ich meinte eigentlich da oben deine Schürzel. Ja, genau da oben. Du hast schon gerochen, das weiß ich. Und da oben braun Haas, braun Haas, braun Haas. Und da oben. Ich habe mir das nicht. Nicht stören weiter, ne?